Yo, 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 Freunde, was geht ab? Gleich haben wir den neuen Shop. Kommen wir mal zur Verlosung. Heute ist Sonntag, heute decken wir das Ganze auf. Gewonnen hat auf jeden Fall diese Woche Glückwunsch Frühstück. Du hast gewonnen, du hast 200 V-Bucks gewonnen. Alles, alles Gute. So, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und gebt sehr gerne meinen Creator-Code HANGTV049 im Shop ein, ihr Lieben. Danke für den Support. Wir bekommen, denke ich mal, gleich ein paar Marvel-Skins. Die Marvel-Skins werden gleich auftauchen, ihr Lieben. Heute haben wir auf jeden Fall die Farbe Grün. Ich habe euch Grün mitgebracht. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Farbe wir als nächstes haben möchten. Und gerne kommentieren für die nächste Verlosung. Let's go! So, Ant-Man. Ant-Man ist drin, ihr Lieben. Und ein paar andere Skins noch. Okay, fangen wir mal direkt hier an. Ant-Man, der siebte Jäger auf jeden Fall. Cooler Skin. Sieht nice aus. Von der Marvel-Reihe. Dann hat er hier eine Ameise am Rücken, eine fliegende Ameise. Als Back-Bling. Plus seinen Zahnstocher mit Olive. Hört sich lustig an. Das Ganze gibt es für 1800 V-Bucks. Statt 2300 V-Bucks, ihr Lieben. 500 V-Bucks Rabatt. So, dann haben wir einmal die Ant-Man-Skin hier. Plus Back-Bling. Für 1500. Die Pig-Axe kostet 800. Hat was. Hört sich auf jeden Fall nice an. So, gehen wir mal runter. Was haben wir hier? Last Forever. Leider Copyright für 500, ihr Lieben. Cooler Emote. Rolly auch am Start. Auch für 500. Auch sehr nice. Still schweigen. Cooler Skin. Für 1200. Plus Back-Bling. Sieht nice aus. Dann haben wir eine Peg-Axe dazu. Zweihändig für 500. Eine Lackierung. Joa, geht für 300. Crystal. Wieder drin, ihr Lieben. Für 800. Süßer Skin. Schön aus. Ronto. Ronto. Plus Back-Bling. Für 1200, ihr Lieben. Dann haben wir einmal hier den coolen Hängegleiter. Für 1200. Der ist nice. Dann die Pig-Axe für 1200. Bisschen teuer, aber hört sich nice an. Kräftiger Biss. So, dann ist Penny wieder drin. Penny in zwei verschiedenen Stilen. Lustiger Skin. Bisschen zu breit. 1200. Dann haben wir hier ein... Ja, soll lustig sein. Roboter Skin. Best Dekor. In vier verschiedenen Stilen. Geht so. Plus Back-Bling. Back-Bling hat auch vier verschiedene Stile. Löwe, Jaguar, Schakal und Nashorn. Für 1500 das Ganze. Dann haben wir hier eine coole Pig-Axe. Wilde Schneider für 500. Tanspager für 500. Cooler Emote. Depp für 500. Den finde ich ein bisschen unnötig und ein bisschen zu teuer. Kernkunst für 200. Auch ein lustiger Emote. So, kommen wir mal hier. Haben wir einmal Venom-Paket. Einmal das Skin in zwei verschiedenen Stilen. Die sind zu breit, aber sieht nice aus. Dann haben wir hier einmal sein Back-Bling. Ja. Dann haben wir einmal die Pig-Axe. Die hört sich auf jeden Fall mächtig an. Und sein Emote. Das Ganze gibt es für 2000 Vivax-Gelibern. Dann haben wir hier Black Widow. Das Paket. Einmal mit dem Skin. Einmal mit dem Back-Bling. Die Pig-Axe. Zweihändig. Und Hängegleiter. Für 2200. Ihr Lieben, da gibt es 900 Vivax-Rabatt. Einmal den Skin. Black Widow. Einzellend. Plus Back-Bling. Für 1500. Der ist nice, der Skin. Die Pig-Axe für 800. Hängegleiter. Auch für 800. So. Gehen wir mal runter. Was haben wir noch hier? Schönes Deadpool-Paket. Raven Pool. Ja. Sieht nice aus. Plus Back-Bling. Dann haben wir hier nochmal ein Kuschel-Pool. Ein Knüttelbeer. Ein Deadpool-Style. Plus Back-Bling. Eine schöne Schlaufe. Schleife. Für 2000. Das Ganze. Da gibt es 1000 Vivax-Rabatt. Dann haben wir Raven Pool. Einmal mit Back-Bling. Für 1500. Dann haben wir Kuschel-Pool hier. Einmal mit der Schleife am Brücken. Als Back-Bling. Für 1500. So. Dann haben wir hier nochmal ein Paket. Mit einem Hängegleiter. Der ist sehr nice. Drachenhorn. Dann haben wir einmal den lustigen E-Mode hier. Eine Pig-Axe. Ja. Zweihändig. Und einmal hier die Mikrowelle. Für 1700. Das Ganze ihr Lieben. Statt 2008. Okay. Für mich 2800. Da gibt es 1100 Vivax-Rabatt. Meine Freunde. Dann haben wir Drachenhorn. Hängegleiter. Einmal für 1500. Einzelne. Die Pig-Axe. Für 800. Das E-Mode. 500. Der ist nice. Den kann man sich gönnen. Damit kann man sich auch fortbewegen. Die Mikrowelle für 300. So. Was haben wir noch hier? Noch ein schönes Paket. Psylocke. Cooler Skin. Plus Back-Bling. Cooles Schwert auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen weiblichen Skin. Domino. Plus Back-Bling. Und einmal Cable. Der ist super breit auf jeden Fall. Plus seinen schönen Umhang. Für 3000. Das Ganze ihr Lieben. Statt 4500. 1500. Vivax-Rabatt. Dann das Ganze nochmal einzeln. Plus Back-Bling. Für 1500. Domino. Plus Back-Bling. Für 1500. Und Cable. Plus seinen Umhang. Für 1500. 500. Sein Back-Bling hat eine Kapuze noch. Sein Umhang. Auch für 155. So. Dann haben wir hier nochmal ein Paket. Mit den P-Gaxen. Hört sich nice an. Sieht nice aus. Dann haben wir hier einen Hängegleiter. Der sieht fresh aus. Noch eine P-Gaxen. Hört sich gut an. Ja. Und die dritte P-Gaxen. Ja. Hört sich auch nicht schlecht an. Das Ganze für 2000. Statt 4000. Die Lieben. Dann die P-Gaxen. Die P-Gaxen. Hier nochmal einzeln. 1200. Hängegleiter. Auch für 1200. Diese P-Gaxen. Gibt es für 800. Und die letzte P-Gaxen. Auch für 800. So. Gehen wir weiter. Ghost Rider Paket. Einmal der Skin. Cooler Skin. Back-Bling. Sein Hängegleiter. Den feiere ich sehr. Sieht nice aus. Cooles Motorrad. Einmal die Lackierung. Und P-Gaxen. Natürlich. Die P-Gaxen. Die P-Gaxen ist nice. Das Ganze für mich. Für 1400. Statt 3200. Da gibt es 1800. V-Bucks Rabatt. Meine lieben Freunde. Dann haben wir einmal den Ghost Rider Skin. Plus Back-Bling. Für 1500. Die P-Gaxen. Für 1200. Bisschen teuer. Aber die ist nice. So. Sein Hängegleiter. Für 1200. Und die Lackierung. Für 500. Dann kommen wir mal zu. Silversurfer. Sein Paket. Für 2200. Statt 3100. 900. V-Bucks Rabatt. Einmal den Skin. Back-Bling. Sein Hängegleiter. Und einmal die P-Gaxen. Hört sich nice an. So. Silversurfer. Als Skin. Plus Back-Bling. Für 1500. Hängegleiter. Für 800. Die P-Gaxen. Auch für 800. Dann gehen wir mal weiter. Daredevil. Daredevil in zwei verschiedenen Stilen. Plus Back-Bling. Back-Bling. Sieht man. Ja. Sieht man. Genau. Die P-Gaxen. In zwei verschiedenen Stilen. Hört sich nice an. Zweihändig. Und Hängegleiter. Das Ganze für 2200. Statt 3100. Ihr Lieben. 900. V-Baxen. V-Baxen. Rabatt. Hängegleiter. Auch in zwei verschiedenen Stilen. So. Daredevil einzeln. Plus Back-Bling. Für 1500. Die P-Gaxen. Für 800. Dann Hängegleiter. Für 800. Ihr Lieben. Captain America. Haben wir hier. Für 2000. Plus Back-Bling. Und P-Gaxen. Ist auch nice. Dann haben wir hier einmal. E-Mote. Für 300. Von Captain America. So. Gehen wir weiter. Blade-Paket. Blade in zwei verschiedenen Stilen. Sieht nice aus. Plus Back-Bling. Sein Schwert. Dann haben wir sein Schwert hier. Einmal als P-Gaxen. Hört sich super krass an. Sein Hängegleiter. Und einmal sein Emote. Das Ganze für 2300. Statt 3500. Meine Lieben. Blade. Einmal mit Back-Bling. Und P-Gaxen. Für 2000. Sein Emote. Für 300. Hängegleiter. Für 1200. Halt Smashers. Ja. Feier ich nicht so. Sind wir ein bisschen zu groß. Und ungewöhnlich. Für 1200. Schnips. 200. Das ist die Mode. Jo. Gehen wir mal weiter. Was haben wir noch so schönes? Riesen Shop auf jeden Fall. Ah. Dann haben wir hier einmal. Das Paket. Das Marvel-Paket. Mit Black Panther. In zwei verschiedenen Stilen. Das Paket. Plus sein Umhang. Auch in zwei verschiedenen Stilen. Dann haben wir hier eine Pig-Ex. Die hören sich auf jeden Fall nice an. Und Hängegleiter. Dann kommen wir mal zu Captain Marvel. Captain Marvel auch in zwei verschiedenen Stilen. Dann haben wir dazu ein Back-Bling. Nice aus. Passt zum Skin. Die Pig-Ex. Sieht nice aus. Hört sich nice an. Und einmal ein Hängegleiter. Der sieht fresh aus. Ja. Der ist nice. So. Taskmaster. Einmal der Skin für euch. Back-Bling. Und einmal die Pig-Ex. Das Ganze für 24,99 Euro. Ihr Lieben. So. Das war es auf jeden Fall vom Shop. Ihr Lieben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den heutigen Shop so findet. Es ist ein riesen Shop. Auf jeden Fall. Ein Marvel-Shop wieder. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo. Ein Like da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und gebt sehr gerne meinen Creator-Code. Hängt wie 049 im Shop ein, ihr Lieben. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und vergisst nicht zu kommentieren. Gute Nacht, ihr Lieben.